Der Abend liegt sanft vor den Füßen Komm lass uns ein Stückchen noch gehen Den Mond und die Sterne zu grüßen Ich muss heut was Schönes noch sehen Verblüht sind Akazien und Flieder Und der Himmel strahlt nah überm Dach Dort wohnen die alten Lieder Von Goethe und Heine und Bach Und doch bin erschrocken, ich fremd hier und fern Wenn nur diese Fratzen mich wehren Die Not geht in noblen Händen Und der Neid ist als Kühnheit geschmückt Im Selbsthass hasst man die Fremden Unterdrückt, weil man selbst unterdrückt Die Straßen erschrecken die harten Gesänge von Not und Dummheit Und die Heilsverkünder, sie warten Auf ihre Gelegenheit Was machen sie nur mit diesem Stern Wenn nur diese Fratzen mich wehren Die Welt ist ein Meer voller Wunder Und die Sehnsucht ihr schönstes Gedicht Und man stellt sie voll mit Dreck und Plunder Zerkratzt mit Kriegen ihr Gesicht Die einen stehen stur an Gewehren Und die anderen sehen lässig das Geld Und die Mächtigen reden und schwören Als wär's nur ihre Welt Dann seh ich sie grinen Voll Hochmut so fern Wenn nur diese Fratzen mich wehren Der Abend liegt sanft vor den Füßen Komm lass uns ein Stückchen noch gehen Den Mond und die Sterne zu grüßen Ich muss heut was Schönes noch sehen Verblüht sind Akazien und Flieder Und der Himmel strahlt da überm Tag Dort wohnen die alten Lieder Von Goethe und Heine und Bach Was machen sie nur mit diesem Stern Wenn nur diese Fratzen mich wehren Ich freue mich sehr, dass ihr, dass sie hier heute dabei seid Dabei sein könnt, dass es überhaupt wieder eine Veranstaltung gibt Die nicht nur im Internet stattfindet Wo man mit realen Menschen Begegnungen hat Mein Name ist Albert Scharenberg Ich leite das Historische Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung Und dieses ist die Auftaktveranstaltung Zu unserer fünfteiligen Veranstaltungsreihe Zur doppelten deutschen Einheit Also ein doppeltes Jubiläum 150 Jahre erste deutsche Einigung Und 30 Jahre zweite deutsche Einheit Inhaltlich sage ich da jetzt noch nichts zu Das kommt dann gleich im Vortrag von Achim Engelberg Im Monatsrhythmus werden wir Veranstaltungen anbieten Zur wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich Und die Proteste dagegen im November Zu Kolonialismus, Stellvertreterkriegen und Neuordnungen im Dezember Zu Flucht, Migration und Auswanderung am Beispiel der Familie Ruge im Januar Und dann schließlich im Februar zu Kunst und Kultur Unsere heutige Veranstaltung trägt als Titel ein Blochzitat Aufrechter Gang auf bewohnbarer Erde Wir wollen diskutieren über das besagte doppelte Jubiläum Und über mögliche Parallelen Aber natürlich auch über Differenzen der geschichtlichen Situation Den Aufschlag wird gleich wie gesagt machen Dr. Achim Engelberg Der diese Veranstaltungsreihe zusammen mit mir geplant und vorbereitet hat Dafür jetzt schon ein großes Dankeschön, Achim Leider muss ich Ihnen und Euch aber auch eine kurzfristige Absage mitteilen Die Schriftstellerin und stellvertretende Präsidentin der Berliner Akademie der Künste Katrin Röckler kann heute krankheitsbedingt leider nicht dabei sein Also es ist kein Corona, aber sie ist krank Wir haben also ganz kurzfristig den Ablauf Und die Zusammensetzung der Panels neu sortieren müssen Eigentlich heute Und hoffen, das passt jetzt auch so Ihre Absage trifft uns aber in gewisser Hinsicht doppelt Denn jetzt haben wir auf dieser Veranstaltung Der einzigen von den fünf, das muss man sagen Tatsächlich einen Männerüberhang Und das wird dadurch nochmal verschärft Was uns natürlich leid tut, was wir bedauern Das wird aber wie gesagt auf den anderen Veranstaltungen anders sein Das kann man auch sehen, wenn man sich das Programm der Veranstaltung Was wahrscheinlich Ihr und Sie ja schon kennen Ansieht, auch deutlich Und auch Katrin Röckler musste zwar absagen, aber hat uns zugesagt Dann später zur Diskussion über Kunst und Kultur im Februar Gemeinsam mit Klaus Lederer und Susan Neymann noch mit von der Partie sein Heute sind neben Hans-Eckard Wenzel und Achim Engelberg Die Gäste Albrecht von Lucke Albrecht ist Publizist und Redakteur und Gesellschafter der Blätter für deutsche und internationale Politik Auch unser Medienpartner hier für die Veranstaltungen Was man jetzt nicht so sieht, das hat mit den Umständen zu tun Aber haben da schon glaube ich ganz gut zusammengearbeitet Sie kennen ja alle diese Monatszeitschrift Und sonst gucken Sie bei blätter.de und lernen Sie kennen Und wir haben auch die Fotografin Sandra Buschow hier, die auch einen Auftritt haben wird Mehrere sogar, weil wir am Ende alle nochmal zusammensitzen Ich will ganz kurz nur noch den Ablauf erläutern Es kommt jetzt erst der Einführungsvortrag von Achim Engelberg Dann machen wir eine erste kleine Runde mit Albrecht von Lucke, Hans-Eckard Wenzel Die ich moderieren werde Dann hören wir noch ein weiteres Lied Dann haben wir eine Runde mit Achim Engelberg und Sandra Buschow Gewissermaßen ein zweites Panel Und dann kommen wir alle aufs Podium Machen noch eine kurze dritte Runde Und öffnen für euch und für Sie ins Publikum Für kurze Bemerkungen, Kommentare Und natürlich auch gerne für Fragen Bevor ich jetzt an Achim Engelberg übergebe Möchte ich nur noch kurz auf eine Sache hinweisen Nämlich einen brandneuen Podcast Den wir vom historischen Zentrum ins Leben gerufen haben Der heißt Rosa Lux History Und die zweite Folge ist diese Woche erschienen Und widmet sich eben genau dem Thema Was wir heute Abend haben, nämlich der Doppelten Einheit Achim Engelberg ist in dieser Folge auch dabei Andere Gäste Dagmar Enkelmann beispielsweise Die Vorstandsvorsitzende Rosa Luxemburg Also da kann ich nur empfehlen Da mal reinzuhören Die erste Folge war übrigens zum Thema Kolonialismus Und die nächste wird zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels sein Also glaube ich ganz spannende Themen Man findet den Podcast auf der Website der Rosa Luxemburg Stiftung Aber auch auf allen bekannten Podcast Plattformen So viel der Werbeblock Jetzt aber wünsche ich Ihnen, Euch Und uns allen eine spannende Veranstaltung Dankeschön Ja, also ich muss Eigentlich müsste ich jetzt das Buch zerreißen Ein weites Feld von Günter Grass Nämlich damit beginnt mein Vortrag Es geschah vor 25 Jahren Eine Titelstory vom Spiegel war der Verriss eines Romans Der als Literaturpapst bezeichnete Zerriss in einer Bildmontage im wörtlichen Sinn Das Buch ein weites Feld Zugegeben, die Höhe der Blechtrommel erreicht dieses Werk von Günter Grass nicht Aber es ist immer noch eine erstaunliche Lektüre Im Jahr 5 der 2. Deutschen Einheit Spiegelt der spätere Nobelpreisträger Diese in der 1. und umgekehrt Ein Fixierbild mit zwei Zentralfiguren Einem ewigen Spitzel Der vom Kaiserreich bis heute gebraucht wird Und ein Wiedergänger von Fontane Fonti genannt Das sind die tragenden Figuren Letzter kommentiert plaudernd das Geschehen Zitat Liebermann war damals schon skeptisch Und ich im Grunde auch Das gilt gleichfalls für heute, meine jungen Freunde Skeptisch bleiben ist besser als zynisch werden Kommt sowieso alles ins Rutschen In Russland und anderswo Kaum ahnen wir was alles Zitat Ende Es war ein Misstrauensvotum gegen die Art der Vereinigung Das der Spiegel zu einer Hassliebe zwischen Kritiker und Erzähler Privatisierte und damit verkleinerte Allein, dass dieser Verriss zur Titelstory avancierte Verrät, hier ging es nicht um ein ästhetisches Scheitern Was Massen nicht bewegt Hier passt die ganze Sicht nicht Einen Fingerzeig gibt der Arbeitstitel des Romans Die Treuhand Vieles spricht dafür, dass die Treuhand für die zweite deutsche Einheit Wie Blaubarts verschlossene Zimmer ist Der Ort, wo die Leichen verborgen sind Weniger metaphorisch gesprochen schreibt es der in Wien Lehrende Philipp Thehr in seinem Standardwerk über das neoliberale Europa aus dem Jahre 2014 So führte die Schocktherapie in Ostdeutschland innerhalb weniger Jahre zum Einbruch der Industrieproduktion auf 27 Prozent des Wertes von 1989 Außer dem vom Krieg zerstörten Bosnien erlebte kein anderes Land in Europa einen derart drastischen Rückgang Zitat Ende Zwar sind viele Akten immer noch nicht zugänglich Aber es gibt, anders als Anfang der 1990er Jahre eine Breite von kritischer Literatur von Wissenschaftlern und Publizisten Immer deutlicher wird, dass die von Bürgerrechtern auf den Weg gebrachte Treuhand um das in der DDR weitgehend verstaatliche Volksvermögen zu erhalten die Bundesregierung zum Instrument umfunktionierte um politisch und ökonomisch autoritär zu steuern Gewinne wurden so schamlos privatisiert dass man das Vorgehen mittlerweile sogar in Hauptstrom-Mänien als Goldrausch bezeichnet Verluste dagegen waren zur Vergesellschaften So montierte die Treuhand zum Hebel um die alte Bundesrepublik West wirtschaftlich zu entdemokratisieren In vielen Verrissen wird gerügt, dass Gras von der DDR als Zitat Kommode Diktatur spricht Was, wenn man die deutsche Geschichte vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart beschreibt Plausibel ist Weiterhin hebt sich die demokratische Helligkeit unserer zweiten Einheit nicht so stark wie gewünscht ab Da die Revolution von unten im Osten durch die Herrschenden im Westen und ihre willfähigen Helfer nicht zuletzt mit Hilfe der Treuhand drastisch umgelenkt und beendet wird Zitat Gras Da war von Einigkeit und Recht und Freiheit nur noch wenig zu hören Dünnstimmig gingen sie verloren Ironisiert Gras alles pathetische, weihevolle, staatstragende Diese Variationen sind der Stoff, der in dieser Veranstaltungsreihe beleuchtet und gewendet werden soll Eine Schlaglichter, die die Weite des Feldes verdeutlichen sollen Der Strom der Geschichte spühte damals starke Nationen nach oben Die in der Welt agierten Es kam zu einer Verwandlung der Welt Wie ein 2009 erschienenes, bemerkenswertes Buch von Jürgen Osterhammel heißt Das sahen aber schon Zeitgenossen wie Fontane in seinem Epochenbuch Stechlin Hinter den Bergen wohnen auch Leute, heißt es dort leitmotivisch Diese häufige Formulierung borgte sich von Tane von Lothar Bucher Ein Revolutionär von 1848, der aus dem Exil zurückkehrte, um ein enger Mitarbeiter von Bismarck zu werden Man könnte sich den sich vorstellen als 68er, der dann, Marx hat ihn auch mal gesagt, ein preußischer Minister in Spee Aber er hat es dann nicht zum Minister geschafft, nur zum engen Mitarbeiter von Bismarck An der wachsenden Zahl der Auslandskorrespondenten sah Fontane-Bucher schon damals die Schwerpunktverlagerung jenseits des alten Europas Nach der Selbstzerstörung Europas und seinem Teilaufstieg in einer zerklüfteten, multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts Stellen sich alte Fragen neu So werden im neuen planetarischen Zeitalter die alten Nationen anders bestimmt als im 19. Jahrhundert Dennoch bleibt Deutschland eine Macht in der Mitte des Kontinents Trotz Amputationen nach 1945 zu groß und stark für viele andere Staaten Europas Aber zu klein und schwach, um Vorherrscher auf dem Kontinent zu sein Und auf dem Planeten bleibt man eine Mittelmacht Auch nach der zweiten Einheit gilt, was Bismarck sagte Die Einheit Deutschlands hat so viele neue Energien entwickelt, neue Interessen und Gesichtspunkte geschaffen Ach, die soziale Frage, die macht alle Regierungen schaudern Die ersten Proteste, die ernst genommen wurden, waren damals die von Berliner Mietern beim Aufstieg der deutschen Hauptstadt zur Metropole Erneut betritt die soziale Frage als Wohnungsfrage die Bühne Aus dem englischen Exil kommentierte Friedrich Engels bereits 1872 Diese Wohnungsmacht macht nur so viel von sich reden, weil sie sich nicht auf die Arbeiterklasse beschränkt, sondern auch das Kleinbürgertum mit betroffen hat Zitat Ende Die seitdem erfolgte Demokratisierung legten die Herrschenden der Bevölkerung nicht auf einen Gabentisch, sondern soziale Bewegungen Nicht zuletzt von Arbeitern erkämpften sie Ach, 1875, drei Jahre nach den Wohnungsprotesten, vereinigten sich die linken Kräfte zur SPD Am 9. Mai 1873 begann in der Wiener Börse eine Finanzkrise, die bald alle kapitalistischen wirtschaftenden Teile des Planeten umfasste und was kräftig mit der gleichzeitig in der Donaumetropole stattfindenden Weltausstellung konzestrierte Nicht wie 1929 oder 2078 begann sie in New York, sondern in der Mitte Europas Wie aber in späteren Finanzkrisen hatten die Spekulanten viele in ihre Geschäfte hineingezogen Von erlauchten Häuptern über Handwerker bis hin zu Tante-Emma-Läden Das stimulierte die Produktion weit über den Bedarf und führte zum Kollaps Ja, ich möchte aus einem alten Buch jetzt zitieren Viele Gründer, die vor Ausbruch des Banken- und Börsenkrachs jegliche Regierungsinterventionen entrüstet zurückgewiesen hätten riefen nun nach Staatshilfe Doch vorerst konnten nur notleidende Institute unterstützt werden Als die ganze Flut der Bankenzusammenbrüche kam, war es der Preußischen Bank nicht mehr möglich für alle Bedrohten und Betroffenen Stützdämme zu bauen Weder materiell noch moralisch-politisch Mit Recht sah die öffentliche Meinung in den zahlungsunfehlen Bankerns nicht Notleidende, sondern Spekulanten, die keine Staatshilfe verdienten Zitat Ende Das Buch, aus dem ich zitiere, ist genau vor 30 Jahren erschienen Nicht wie in der Deutschen Einheit, sondern weil die Buchmesse damals anfängt Und mein Vater seine Bissachbiografie beendet hat Als ich vor einigen Jahren eine Kurzfassung gemacht habe, die immer noch ein dickes Buch ist Da haben alle vermutet, dass dieses Zitat von mir aktualisiert worden ist Denn während der letzten oder besser heute vorletzten Finanzkrise avancierte 2008 zum Unwort des Jahres Notleidende Banken Die Parallelen, nee, freilich die Unterschiede des Finanzvolumens, die Geschwindigkeit und die Vielzahl der Geschäfte wog seitdem ins Monumentale Im Bankiers gesteuerten Wirrwarr der neuen Finanzprodukte bleiben aber immer noch die alten Strukturen zu erkennen Die Parallelen und Variationen zwischen beiden staatlichen Einheiten Deutschlands sind zu vielfältig, um sie kurz umreißen zu können So war schon das 90. Jahrhundert eines in Bewegung Man denke nur an die Eisenbahn, der die Erzählkunst der modernen Welt, den Film, inspirierte Die erste aufgezeichnete Stimme weltweit, die man heute noch hören kann, ist die von der Generalfeldmarschall Helmut von Molke Der entscheidend bei den drei bismarckischen Kriegen agierte Und Bismarck ist, wieder weltweit, das erste Opfer von Paparazzi Die Nachgeborenen können das Tor der Zukunft nur mit dem Schlüssel der Vergangenheit öffnen Deshalb diese Reihe und deshalb das Zusammenspiel von Wissenschaft, Publizistik und Kunst Ja, deshalb haben nahezu alle gesellschaftlich relevanten Erzähler historische Tiefenschärfe Wie selbstverständlich werden in Jahrestagen des zu früh verstorbenen und lang nachwirkenden Uwe Jonsen Das Kaiserreich erzählt und nicht nur die unmittelbare Gegenwart Tief gräbt auch der planetarische Klassiker Heiner Müller in seinen oft in Scheitsschichten komponierten Theatertexten Aber auch Lebende sind unter den Fortsetter Zentrale Gestalten in Eugels Ruges Welterfolg in Zeiten des Abnehmens Lichts Oder in seinem neuen Roman Metropol haben Prägungen im Kaiserreich Im Januar werden wir hier mit ihm sprechen Wir hörten eben Wenzel mit seinem Lied, mit dem er tief in den Brunnen der Geschichte steigt Zu Bach, zu Goethe, zu Heine In seinem mit Antje Vollmer geschriebenen Buch über Konrad Wolf beginnen sie nicht mit der Geburt des Ausnahmeregisseurs im Jahre 1925 sondern im Bismarckreich Im Geburtsjahr des Vaters Friedrich Wolf, 1888, begann, wie Wenzel anmerkt, Gustav Mahler seine zweite Symphomie Eine große Klage über eine Welt, in der nach Nietzsche Gott tot war und die dadurch ihre Mitte verloren hat Wenzel bemerkt, an diesem Punkt beginnt der Zerfall der mühsam zusammengehaltenen alten Welt Alle Zukunftsentwürfe der Epoche reagieren darauf Soll Revolution sein, so wollen wir sie lieber machen als erleiden Erläuterte Otto von Bismarck seine Strategie Er hatte erkannt, dass das ständige Stämmen gegen den modernen Nationalstaat der seit den bürgerlichen Revolutionen in zentralen Ländern Europas sich durchsetzt einen Zusammenbruch hervorruft So entwickelte sich der Konterrevolutionär von 1848, 49 zum einzigen politischen Genie welches nach Thomas Mann Deutschland hervorgebracht hat Er war ein Revolutionär wider Willen Ein Revolutionär von oben, weil er die von unten fürchtete Diese Haltung gibt es wieder, heute Klaus Schwabe, der Gründer des Wirtschaftsforums von Davos, glaubt aufgrund der Erfahrungen mit der Pandemie noch an den Kapitalismus, aber nicht mehr in seiner jetzigen Ausgestaltung Drei Krisen sind für ihn verflochten und verstärken sich Die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich auf nationaler und internationaler Ebene Die Klimakrise, der jetzige Kapitalismus ist ihm zu wenig widerstandsfähig, inklusiv und nachhaltig So wie es ist, bleibt es nicht, da die Systeme zusammenbrechen würden Ich zitiere Wenn wir dagegen nichts unternehmen, werden die Veränderungen irgendwann auf andere Wege kommen durch gewalttätige Konflikte oder Revolutionen Das lehrt uns die Geschichte Er plädiert für die Rückkehr einer stärker in die Wirtschaft eingreifenden, auch verändernden Staatsmacht Hört ihr? Otto Klatsch von oben Der indischstämmige, in New York lebende und lehrende Weibachschimmer vertrat dagegen schon vor Corona die Position, dass eine neue Gesellschaftsformation notwendig sei Diese könne aber nur aufgrund der Erfahrungen und Schlussfolgerungen aus den sozialistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert gefunden werden Die Krisen, sowohl des marktextremistischen Kapitalismus, verharmlosen Neoliberalismus genannt als auch die Sozialdemokratie, eröffnen für ihn an der Wurzel anpackende, also radikale Möglichkeiten Dabei sieht er nicht nur klar, dass die Bilanz der Oktoberrevolution von 1917 negativ ist und dass das Modell einer Einparteiendiktatur mit Abschaffung bürgerlicher Freiheiten abzulehnen ist sondern er zieht in Betracht, dass Planung, wie Marx sie sich vorschädte, keine reale Option darstellt Eine alte Lehre der Arbeitserwählung will er aber neu entdecken Ich zitiere Wenn die Linke irgendetwas erreichen will Wenn sie ihre frühe Rolle als Motor sozialer Gerechtigkeit zurückgewinnen will wird ihr das nur gelingen, indem sie wieder in die Lebenswelten der Arbeitenden zurückfindet Bis heute hat noch niemand zeigen können, dass Veränderungen in der nötigen Größenordnung die Menschen über die Profite zu stellen, die Umwelt zu retten und die soziale Unterdrückung auszumerzen anders erzielt werden können, als dadurch, sich mit dem Kapital anzulegen Zitat Ende Hier unterscheidet er deutlich vom Gründer des Weltwirtschaftsforums der auf die Vernunft von einflussreichsten Kräften des Kapitals setzt Hört ihr? Hört ihr? August Bebelklatsbeifall Beide, Klaus Schwab wie Wilfried Schibber, will, wenn sich nichts Wesentliches ändert ändert sich alles zum Schlechten Wir wissen nicht, was alles, mit krass gesprochen, ins Rutschen kommt Die Figur des Neuen hat noch nicht die Bühne betreten Nur was heute verborgen ist, kann morgen erscheinen Danke Ja, das war ja ein toller Einstieg und ich würde da direkt anknüpfen wollen mit einer Frage Vielleicht fange ich mal mit dir an, Albrecht Aber sie geht auch in deine Richtung Herr Achim hat ja verschiedene Krisen angesprochen wo er Parallelen sieht zwischen damals, also der Zeit nach der ersten deutschen Einheit der Reichsgründung und jetzt der jüngeren Vergangenheit nach der zweiten deutschen Einheit Seht ihr das auch so? Siehst du das auch so? Seht ihr das auch so? Um welche Krisen handelt es sich denn eures Erachtens dabei? Ja, dann fange ich an Ja, zunächst mal, Albert, vielen Dank für die Einladung Wir freuen uns auch, jetzt darf ich auch gleich als ersten Akt die Blätter ins Licht halten Wer sie nicht kennt, hier im Haume kennen sie sicherlich alle aber im World Wide Web sind sie jetzt also auch informiert Wir freuen uns jedenfalls hier, Medienpartner zu sein Das Interessante, und ich will direkt anknüpfen Das war ja ein brillanter Essay von Achim, aber das was mich am meisten bemerkenswert gestimmt hat, ist die Tatsache dass die Krise, die er verortet hat immer eine der Folgeerscheinungen von 1871 im Abgleich mit 1990 gewesen ist Und das alleine ist für mich das bemerkenswerteste Krisenphänomen Dass wir die Unterschiedlichkeit der Republiken Und das war ja hochgradig, ich sag's mal in der alten Diktion Basisorientiert Also, Krisenhaftigkeit des Kapitalismus Krisenhaftigkeit der Arbeitsverhältnisse Krisenhaftigkeit der Arbeit Soziale Frage, schlechthin Dass wir vor dem Hintergrund, und das halte ich für das eigentliche heutige Krisenphänomen Dass wir die Unterschiede der beiden Republiken In einer solchen, ich sag's mal, Lachsparallelisierung Die ja der ganzen Reihe, ich teile das durchaus auch in den Folgen Unterliegt, dass wir damit gar nicht mehr die großen Unterschiede dieser beiden Republiken Im Auge haben Und das ist vielleicht das eigentliche Krisenphänomen Ich sag's mal des Staatsbürgerbewusstseins Oder das republikanische Krisenphänomen Das Lustige ist, Achim, ich hab's jetzt gerade nochmal wahrgenommen Ich hab das Datum 1995 Fünf Jahre nach Der Einheit Dass du mit dem weiten Feld Und dein ganzer Vortrag war ja ein ungemein weites Feld Ein globaler Vortrag Ein global ausholender Vortrag Dass du das mit dem weiten Feld von Gras assoziierst Ich hab das in meinem kleinen Kommentar jetzt in den Blättern Mit einem ganz anderen Datum assoziiert Nämlich mit dem Rept-Reichstag Mit dem verhüllten Reichstag Dem großen Datum, wo diese Republik Ein Stück weit in großem republikanischen Überschwang Sich wahrscheinlich die Demokratie so spielerisch zu eigen gemacht hat Wie zu keinem anderen Datum Der Republikgeschichte überhaupt Das mag damals schon, und darauf sollten wir reden Sicherlich auch da unterschwellig schon eine Trennung Zwischen Ost und West gegeben haben Diejenigen, die da, wie ich Ich war in Berlin, wie viele andere damals auch Die da, ich sogar muss zugeben, erstmal skeptisch Weil ich auch dachte, na diese Verhüllung Ich schreib das auch, es gab damals eine Debatte Ist das nicht etwas, was mit unserer Demokratie, die gerade so errungen war Und dann auch national erweitert Geht das nicht fast schon zu spielerisch damit um? Ist das nicht fast schon eine Herabwürdigung? Ich konnte diese Position, die Schäuble damals einhaben, durchaus nachvollziehen Aber im Nachhinein würde ich sagen Das war für den Westen, das war auch für die ganze Welt Ein Ereignis, was in ungeheurer Weise Die Akzeptanz des Bundestages Also auch des Reichstagsgebäudes Personifizierte Also völlig diametral unterschiedliche Beobachtungen Du sagst aber zu Recht Unterschwellig natürlich auch schon damals Die Krisenhaftigkeit, voll im Osten durchgebrochen Die materielle Krisenhaftigkeit Die die dann aber, und das macht es so dramatisch Die Aneignung dieser Republik Für offensichtlich bis heute Immer größere Teile im Osten Verunmöglicht hat Und nicht zuletzt im Osten Und ich will darum, und deswegen scheint mir das so wichtig zu sein Trotzdem jetzt an dem Punkt Auch die Unterschiede einmal deutlich machen Weil das ist Kern dieses Krisenhaften Des Nichtrepublikanischen Was wir mittlerweile erkennen müssen 1990 Und da beginnt ja die Dramatik War natürlich ein Ein Beitrittsprozess Mit diesem blöden Begriff Artikel 23 Wir müssen sicher drüber reden Und damit schon die erste verpasste Chance Weil natürlich die Einheit nicht geschaffen wurde Durch eine demokratische Neueinheitung Der gesamten Republik Die ja den Osten dann stärker mit hätte nehmen können Ich denke nur an einen jemanden Ganz großen Bürgerrechter wie Wolfgang Ullmann Mit einer der klügsten überhaupt Der damals wie viele andere Hoch engagiert war im Prozess Einer gemeinsamen Aneignung Das war sicherlich zunächst einmal Eine große verpasste Chance Aber Die verpasste Chance besteht vor allem darin Und das halte ich für das Drama Das wir gar nicht mehr uns bewusst machen Worin der kategoriale Kategorische Unterschied besteht Zwischen der Republik von 1871 Und von der von 1990 Oder wir müssen sogar sagen Weil es ein Beitritt war Von 1949 Die Republik von 1871 Und dafür hast du von meinem Verständnis Obwohl du ja nun wie kaum ein anderer Beschlagen wärst Als Bismarck-Kenner Genau das nochmal zu erzählen Vielleicht kommst du danach dazu Die 1871er Republik War eine absolut militantische Militaristische Republik Ja die Rechtskaiserreich Natürlich Ja es war noch nicht mal Danke du kannst Du hast völlig recht Danke für die Das war natürlich keine Republik Es war ein Kaiserreich In der Tat Danke dir nur lauter Also ich lasse mich da gerne Absolut vom Historiker Ich als armseliger Politikwissenschaftler Und Jurist Lasse mich da gerne belehren Völlig richtig Es war eben ein Kaiserreich Es war eine Und das muss man als zweites sagen Es war das Reich Aus Blut und Eisen Es war die Tradition von 1813 Die dann Wie wir alle wissen Aufgenommen Hat es ja gesagt Dem weißen Revolutionär Im Scheitern von 1848 begründet wird Bismarck schlägt Oder beziehungsweise Der preußische König schlägt Das vom Luder hoch Der Revolution befleckte Die befleckte Krone Schlägt er aus Und das ist das Scheitern Der bürgerlichen Revolution Von 1848 Und Bismarck macht dieses Land Dieses Kaiserreich Ich danke dir Albert Macht es mit Blut und Boden Mit Blut und Eisen Und er macht es auf Basis Eines dreifachen Krieges Eines dreifachen Krieges Das zutiefst Und dann das fatale Die Freund-Feind-Diktion Und das Freund-Feind-Denken Im Inneren wie im Äußeren Zutiefst begründet Und jetzt kommt der Punkt Ein Bürgertum Was 1848 noch mit großen Hoffnungen Auftritt Dann brutal militarisiert Da ist die ganze Wenzel'sche Tradition Natürlich Bürgertum in nationaler Wie universalistischer Tradition Das war ja keine nationale Denkung Du hast die Namen genannt Goethe, Heine, Bach Das war immer auch ein Schiller natürlich zuallererst Noch dazu zu denken Es war immer ein Denken Des Nationengedankens Das das Provinzialistische Das Feudalistische Hinter sich lässt Um natürlich Menschenrechte Mitzudenken Das bricht 1848 Vollkommen in sein Gegenteil Und das Schlimme Die Liberalen Die bürgerlichen Klassen Um auch die Klassendiktion Zu einzubringen Werden zutiefst Militaristisch und Träger Dieses nationalistischen Und militaristischen Denkens Ich finde es immer noch Am beispielhaftesten Diese beiden wunderbaren Bilder Die man kennt Sowohl Max Weber Der große politische Denker Wie Friedrich Nietzsche Beide sind in dieser Zeit In militärischer Uniform In Bildern fotografiert worden Der Soldat Beziehungsweise der Offizier War der Inbegriff Dieses neuen Militaristischen Bürgerdenkens Und hier müssen wir uns bewusst machen Und das finde ich das Drama Dass wir das dann auch Zu schnell gleichschalten Beziehungsweise Auf zu schnell Im Parallelen denken Die ganze Republik Der fatalerweise Ich sag bewusst Fatalerweise Der Osten nur beitreten konnte Weil ich sage Der Aneignungsprozess Nicht stattfinden konnte Diese Republik Von 1949 War aber genau das Gegenteil Sie ist aus der Totalen Niederlage erwachsen So tragisch es war Wir wissen ja alle Die erste Niederlage Hat brutalerweise 1918, 1919 nicht gereicht Die deutsche Nation Musste noch einmal Eins in brutalster Weise Auf die Mütze bekommen Um damit erst Absolut Entmilitarisiert zu werden Darüber findet Ein demokratischer Aneignungsprozess im Westen statt 68 als zweites Datum Ich will daran auch erinnern Hannah Arendt sagt Vielleicht werden wir Im 21. Jahrhundert Das Datum 68 Einmal so erinnern Wie das Jahr 1848 Hochinteressant Dass sie die Demokratische Bewegung von 68 Gleichsetzt Mit dem 48er Prozess Ein Phänomen Was im Osten In der Weise Ja gar nicht stattfinden konnte Weil 68 Bekanntlich im Osten Brutal unterdrückt wurde Und dann findet Und das ist das Tragische Deswegen sage ich Ist das eine Eine demokratische Krisen Annotation Die ich machen möchte Dann findet eben Fatalerweise Dieses demokratische Erbe 1990 Keine Würdigung Weil die ökonomischen Prozesse Wie sie Achim dann schildert Zu Recht Im Osten All das untergraben Beziehungsweise überlagern Und so haben wir heute Das dramatische Phänomen Dass wir genau das Was Wenzel ja fast schon Hellseherisch beschrieben hat Dein Lied ist ja viel früher Als du hast es ja nicht Im Zeichen von Corona Geschrieben Dass diese Wunderheiler Die du jetzt beschreibst Die damals In den 20er Jahren Aktuell war Nämlich als Verführer Nationalsozialistischer Beziehungsweise Konservative Revolutionärer Art Dass sie heute Wieder genauso Fröhliche Urstände feiern Und Menschen Ich denke nur an einen Herrn Jebsner Als Beispiel Mit Artikel 20 Absatz 4 Als Widerstandsbewegung Gegen diese Republik Die nach wie vor Die freiheitlichste Republik ist Deswegen würde ich dem Gras Zitat an dem Punkt Muss ich leider sagen Schon hart widersprechen Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit Ja Brüderlichkeit In Anführungszeichen Die Brüder und Schwestern Im Osten hatten in harter Weise Zu erleben Was Kapitalismus bedeutet Aber nach wie vor Bleibt diese Republik In ihrer freiheitlichen Möglichkeit Sich als Bürger Erstmalig zu definieren Demokratie wahrzunehmen Sogar von denen Wie die Jebsens Die behaupten Es wäre eine Diktatur Und jegliche Freiheiten haben Sie bleibt Die eigentlich zu verteidigende Republik Und das Schlimme ist Und da bin ich am Ende 25 Jahre nach Den Bildern Die du beschrieben hast Und 25 Jahre nach Wreppt Reichstag Haben wir jetzt die Bilder Eines Sturms Auf den Reichstag Eines Anführungszeichen Der Sturm Wir dürfen uns die Diktatur Nicht zu eigen machen Es ist ja kein Sturm Er ist nicht gestürmt worden Aber wir haben wieder Eine offensichtliche Absolute Infragestellung Von rechter Seite Die aber leider Grundiert ist Auch von einer Ungeheuren Krisenhaftigkeit Der Einheitsgeschichte Nach 89 Und das finde ich Das eigentlich Vielleicht am aller dramatischsten Sein Das nicht jenseits der Krisen Über die alle spricht Das wir ich glaube Auch sprechen müssen Über das Scheitern Des republikanischen Gedankens Der letztlich Nie in Teilen der Republik So begriffen wurde Nach 89 Wie er 49 im Westen Angeeignet werden konnte Weil im Westen Anders als im Osten Ein Gleichklang Von Wohlstandszuwachs Und Wachsen in demokratische Freiheiten Statt gefunden hat Das ist 89 90 Im Osten Abgebrochen Und darüber haben wir Eine so fundamentale Offensichtlich Frustration Dass wir manchmal Fast zu schnell Über Diese völlige Unterschiedlichkeit Der neuen Republik Hinweg gehen Weil wir zum Teil Zu schnell Die sozialen Klüfte sehen Und das halte ich Für Mit die dramatischste Krisendiagnose Weil auch es eine tiefe Krise der Demokratie Verkörpert Entschuldigung Dass ich jetzt ein bisschen Weil Achim es so provoziert hat Zu seinem weltumholenden Vortrag Einen fast Biederen Demokratisch Bundesrepublikanischen Gegenaspekt Stark gemacht habe Ja Vielen Dank Ich vermute mal Du siehst das ein bisschen anders Hans Eckert Ja ich würde erst mal Ich finde problematisch Mehrere Aspekte darin Ich glaube wenn man die Welt Versucht zu erklären Über zwei Begriffe Diktatur Und Demokratie Dann muss man sagen Das ist kein hinreichendes Paar Realität zu beschreiben Wir sind in die Falle geraten Dass da sich die alte Bundesrepublik Quasi als Nicht aktives Subjekt Der Veränderung Um 89 Empfunden hat Dass sie mit diesen Begriffen Sich selbst Im Nachhinein Einen Sinn definiert Als ob sie daran Schuld wäre Dass der Osten Zusammengebrochen ist Es ist sozusagen Die fehlende Subjektrolle Die der Westen In diesem Prozess einnimmt Und Also Demokratie Ist kein Zweck Einer Gesellschaft Sondern ist ein Mittel Mit der man eine Gesellschaft Steuern kann Und dieser Gedankensprung Der findet erst mal Nicht mehr statt Das halte ich für Etwas Problematisches Und es kommt hinzu Wenn ich jetzt nochmal etwas springe Das Moment der Vereinigung Also wie sich das deutsche Volk Staatlich in eine Einheit Begeben hat Sowohl 1871 Da ist für mich Noch viel mehr Sozusagen An verdrängter Problematik enthalten Es ist das Erleben Der deutschen Intellektuellen Von Hegel und Hölderlin Der französischen Revolution Die gesehen haben Dass die aktive Aktion in der Geschichte Mit einer großen Grausamkeit Verbunden ist Das Hässliche der Revolution Und wie kommt man Aus diesem Dilemma heraus Das reflektieren Die deutschen Intellektuellen Sehr früh Und Hölderlin Am genauesten Also das ist im Grunde Für mich genau die Beschreibung Wo er oder Schiller Sie sehen das im Grunde Eigentlich nur noch in der Form Dass man ästhetisch erziehen kann Damit die Gesellschaft sich ändert Nun kommen aber Außenpolitische Dinge hinzu Und dieses Sagen wir mal Diese Reflektion Von Hölderlin Ist wieder zu finden In einer anderen Art In der Reflektion Der Bürgerrechtler In der DDR Für mich ist es Eine ähnliche Konstellation Sie sind nicht Vordergründig Politisch agierende Objekte Sondern sie haben Ein starkes Ethisches Empfinden Und ein Empfinden Für gewisse Gerechtigkeiten Die werden aber Von den politisch agierenden Übergangen Weil sie nicht Instrumentalisierbar sind Das Problem Was wir heute haben Ich bin ein Musiker Ich bin ein Soundforscher Der Sound Den es ab Dezember 1989 Auf den Straßen Der ehemaligen DDR Gegeben hat Ist der Sound Der bei Pegida Wieder aufgetaucht ist Es ist genau der gleiche Tonfall Es ist das gleiche Ruf Dieser Sound wurde 89, 90 Von stark konservativen Kräften Instrumentalisiert Weil man es brauchte Um eine gewisse Richtung In die politische Verwirrnis hineinzubringen Das ist dann Letzten Endes Wie beim Zauberlehrling Bestimmte Geister Ruft man Und dann wird man Sie nicht mehr los Sie haben sozusagen Eine Hybris bekommen Und versuchen die Gesellschaftlichen Prozesse Zu steuern An diesem Zustand Der Erosion Dieser Demokratie Befinden wir uns Und ich sehe es ebenfalls Als eine große Gefährliche Situation Dass sich mittlerweile Sozusagen solches Rechtes Gedankengut Bis in die Sicherheitskräfte In die Polizei In die Sondereinheiten Der Armee Hinein geschlichen hat Das ist etwas Was immer existierte In diesem Land Und was zu der Einheit Gehört Auch die Einheit Von 1871 Hatte stark Nationalistische Töne Das braucht man Weil wir als Deutsche Ja Wir sind eben Eine sehr späte Nation Andere haben es Eher geschafft Wir sind die Zu spät gekommenen Und das bleibt Immer unser Problem Und gleichzeitig Sind wir eine Sehr große Und sehr kräftige Und sehr fleißige Nation Sodass auch Man darf es nicht vergessen Die Aushandlung Der deutschen Einheit 1990 Über die Großmächte Frankreich Italien Wurde nur denkbar Im Rahmen Einer europäischen Vereinigung Wenn wir jetzt Die Verhältnisse Danach sehen Wie die deutsche Rolle In Europa ist Ist es Schon sehr problematisch Was sich da geändert Ich will es nur Als ein paar Fragen Mit hineinwerfen Und nicht Ganz so grundsätzlich Wenden Ja Das war ein ziemlich Vorbilder Auftrag von euch beiden Ihr habt natürlich Meine sämtlichen Fragen jetzt schon mal Hier über den Haufen Geworfen Und ich mache jetzt Deshalb auch gleich Mal anders weiter Du hast ja glaube ich Dich auch bezogen Mit dem Dezember Oder Ende 89 Anfang 90 Auf diesen Übergang Zu den Rufen Wir sind ein Volk So Dass da praktisch Eine Wurzel drin liegt Da ist mir dann Eine andere Sache Noch eingefallen Um nochmal auf die Parallelen Doch auch Zu sprechen zu kommen Ohne grundsätzlich Widersprechen zu wollen Albrecht Das natürlich Die Unterschiede Ja ganz Fulminant sind Das ist gar keine Frage Trotzdem finde ich es Fast überraschend Dass die Parallelen Zwischen dem Kaiserreich Vor 150 Jahren Und der Demokratischen Republik Heute Überhaupt so sind Mit der sozialen Frage Der Krisenhaftigkeit Des Kapitalismus Und so weiter Wenn ich aber Wir sind ein Volk Als Ausgangspunkt nehme Dann fällt mir natürlich Die Frage der Einwanderung ein Mit Blick auf die Parallelen Damals Im Kaiserreich Gab es überaus Feindliche Reaktionen Auf Einwanderung Von Polen Und insbesondere Von polnischen Juden Erinnert sei nur an Heinrich von Treitschkes Antisemitisches Traktat Über die jüdische Einwanderung Und da ist natürlich Jetzt die Frage In Anknüpfung an das Was du gerade gesagt hast Kann man da Parallelen sehen Zu heute Und zum Aufstieg der AfD Ja das kann man sicherlich Aber zunächst einmal Würde ich auch da feststellen Es macht es ja vielleicht Auch nur spannend Wenn man zum Teil Sich auch reibt Es ist natürlich Zunächst einmal Der Befund der Dass wir anders Als noch 1989 90 gerade Mit Blick auf den Osten In einer absolut Multikulturellen Gesellschaft Leben Das ist im Osten Zum Teil noch anders Der Fall Und da ist die Abwehr Auch deshalb zum Teil Vorhanden Weil die sagen Das wollen wir gar nicht haben Um es uns klar zu machen Also das muss man Zunächst mal feststellen Und ich würde auch da Die Frage aufwerfen Wir kennen dann ja auch Die Einwandergeschichten Beispielsweise der Polen Im Ruhrgebiet Die uns dann Die beste Schalker Mannschaft Schalker Kreisel Kutzorra Du weißt es genau wie ich Beschert haben Also ich will sagen Die Assimilationsgeschichte War auch da eine andere Ich würde sogar Selbst so weit gehen Ich will das alles Nicht in Abrede stellen Wir haben Und das wäre ja auch banal Das zu leugnen Wir haben all diese Probleme wieder Wir haben fulminante Soziale Fragen Gar keine Frage Aber trotzdem würde man Auch da feststellen können Es ist zumindest auch interessant Sich die Unterschiede Auch mal anzugucken Die Enthomogenisierung Dieser Gesellschaft Also die Tatsache Von Diversität Ich gehe sogar noch Einen Schritt weiter Und das finde ich Bei der Debatte Um die Frage von Corona Vielleicht die spannendste Frage Vielleicht die fulminanteste So sehr Corona Nationalistisch daherkommt Interessanterweise im Corona ja nicht Die AfD Der Corona Protest Scheint mir etwas ganz ganz anderes In Teilen zu sein Es ist interessant Dass der Corona Protest Nicht im Osten Am allerstärksten ist Sondern sehr stark In Süddeutschland Als eine individualistische Anti-etatistische Bewegung Als eine Bewegung Die stark aus einer Ja gibt ja diesen schönen Begriff Gesellschaft der Singularitäten Von Reckwitz Also eine Bewegung Die ganz stark darauf rekurriert Wir lassen uns vom Staat Nichts sagen Und damit auch eine große Diskrepanz Zu der Abwehrhaltung Durch die AfD Im Osten darstellt Deswegen hat übrigens Herr Höcke Ich habe von Herrn Höcke In dem ganzen Corona Protest Bisher sehr sehr wenig gehört Dieser Fraktion des Flügels Hat mit Corona Ausgesprochene Schwierigkeiten Die Anschlussfähigkeit Ist eine ausgesprochen Problematische Und damit will ich sagen Die gegenwärtige Um es mal noch schärfer zu machen Die gegenwärtige Konfliktlage Scheint mir eher Eine zu sein Des radikalen Egoismus Bis zum Narzissmus Gehend Also Auch so schön Die schönen Fratzen Ich fand das wunderbar Egal was du sagst Die Fratzen Die Fratzen Sind ein Stück weit Auch wir Sag ich mal Noch hat er gesagt Wir sind auch alle Im Lichte von Trump Der Trump Der in einem Narzisstischen Amoklauf gestern Ihr habt ihn vielleicht Alle nachts auch Sehen können Das war ein Erlebnis Der Narzissmus Eines Trump Ist meinem Eindruck nach Guckt euch mal Die Exzesse Der Corona Demonstrierenden an In seinem Narzissmus In seinem Antisozialen Gedankengut Ist auch zum Teil In dieser Bewegung Massiv zu Hause Und noch zugespitzter gesagt Wir haben nach 89 Meinem Eindruck nach Leider eher Ein Verlust An Gemeinwohlorientierung An radikaler Egoistischer Orientierung Und die ist global Tatsächlich zu begreifen Als eine Nicht mit Tina There is no alternative Das die eine Leser hat Sondern vor allem Noch viel wichtiger Der neoliberale Leitsatz von Thatcher There is no society There are only individuals And families Diese Radikalisierung Des Egoismus Hat mit dem Nationalismus Mit dem Kollektivismus Als Urproblem Des 1871er Nationalismus Sehr wenig zu tun Und das ist eine Neue Problembeschreibung Die uns vor neue Probleme stellt Und ich würde sogar sagen Ich finde es Ganz mal Ich frage die These Ich glaube wir brauchen Heute zum Teil Wieder ein mehr An kollektivem Denken Nicht Kollektivismus Das wäre der falsche Begriff Aber eine Verständigung Auf Gemeinwohl Auch auf Rücknahme Von egoistischen Interessen Die vor allem Auf rechts kommen Aber die weit entfernt sind Von Nationalismus Oder ich sag mal Salopp gesagt Sogar gar Bellizismus Ein Herr Broder Ein Herr Tichy Wie sie alle heißen Ihr wisst wen ich meine Die greifen nicht mehr Zur Waffe Die wollen salopp Ihren Wein trinken Auf Kosten der kommenden Generation Aber da müssen wir Ich glaube ich Keine Sorge haben Dass diese Herrschaften Nochmal flammend Wie Weber Und Nietzsche Vielleicht des Willens waren Mit Bismarck Der war ja noch nicht mal In dem Maße Aber die kommen dann Bellizistisch zum Kriege zu rufen Das ist gar nicht Meines Erachtens Das Hauptproblem Ich glaube Die Gesellschaften Vor allem der westlichen Welt Die sich darauf Besonnen haben Seit der Aufklärung Sozusagen Regulative zu entwickeln Wie die demokratische Form Der Regierung Wo man Über Jahrhunderte brauchte Der Mensch dazu Zu begreifen Dass der andere Mensch Neben mir Gleichberechtigt ist Mit mir Wir leben in einer Zeit In der das abgeschafft wird Es wird sukzessive Über viele Erfahrungen Abgeschafft Es wird darüber abgeschafft Dass man Mit diesen Unmengen An Flüchtlingen Mit den Herren Die sozusagen Auf uns zustürmen Die eine Herausforderung sind Nicht mehr klarkommt Man kommt mit den Leichen Im Mittelmeer Nicht mehr klar Die da alle liegen Was sollen wir darüber denken Wo bleibt da Unser Gleichheitsgedanke Er erodiert Stück für Stück Werden wir dazu gezwungen Diesen Gedanken Macht Feuerwehrleute Oder was Das sind Leute Die das wirklich Vor Ort Durchziehen Und denen man Keine Chance mehr gibt In dieser Gesellschaft Die Leute lachen über die Wenn die da irgendwie In der Freiwilligen Feuerwehr Sich nachmittags treffen Und die Schläuche ausrollen Das hat keine Achtung mehr Gegenüber Die Corona-Krise Hat das sehr klar Zum Ausdruck gebracht Dass wir da Ein riesen Defizit haben Und dann kommt Das gehört zu Deutschland Immer die Marmelade Ins Essen Dann wird also Irgendwie schön gemacht Dann wird auf einmal Von den Balkonen Freude schöner Götterfunken Gespielt Und den Krankenpflegern Wird applaudiert Und nichts ändert sich Dieses sentimentale Gehabe Gehört auch zu unserem Volk Das ist furchtbar Also Hans Eisel Hat das mal gesagt Wir Deutschen Haben immer nur zwei Möglichkeiten Brutal oder sentimental zu sein Wir fahren mit Panzern Leute tot Und singen Ich weiß nicht Was soll es bedeuten Wir hängen immer dazwischen Das ist eine eigenartige Definition In der wir festgefahren sind Und mit der wir leben Lernen müssen Wir müssen lernen Darin Würde zu bewahren Und das gesellschaftliche Phänomen Was im Moment uns bestimmt Hindert uns daran Und darüber müssen wir nachdenken Ich finde es fast noch zu bescheiden Wenn du sagst hier Wir müssen Würde bewahren Das scheint mir fast noch zu wenig zu sein Ich will das noch mal schärfer machen Das war ja der große Rundumschlag Du hast ihn auch aufgenommen Auch schon mit deinem Lied Weil dein Lied ja auch in die Frage Was erträgt diese Erde Das ist ja ein Ich muss auch übrigens denken Gerade gestern Ich habe mit großer Freude Noch mal den Gundermann-Film gesehen Da hast du ja auch eine ganz anders Ich finde ihn großartig als Liedermacher Dann habe ich mir gedacht Wenn Gundermann auch völlig anders ist Aber diese tiefe Bei Gundermann gibt es auch eine sehr tiefe romantische Seite Die du ja auch noch vielleicht In einer viel sensibleren oder anderen Art und Weise hast Aber die sehr stark mit der Naturbewahrung verbunden ist Und das eigentlich vielleicht aller dramatischste ist Der Unterschiedlichkeit der Wendeerfahrung Und das finde ich so auch dramatisch Zwei Aspekte Ich kann mich noch genau erinnern Ihr könnt euch sicher auch erinnern An diese Tüten Go West Der Zigarettenmarke Das war damals der große Slogan Es gab die Werbung West Und dann gab es das große Go West Wenn wir uns jetzt bewusst machen Welche Endlichkeit wir erleben Dieser Einbruch des Anthropozäns Das Phänomen Dass die Erweiterung Die permanente Erweiterung menschlicher Möglichkeiten Auch die immer weitergehende Neuauberoberung des Go West Das ist ja Albert, müssen wir das gar nicht sagen Er als Amerikanist weiß es am besten Die ganze Grundidee Du kannst dir einen vermeintlich Und da fängt ja das eh denn schon an Einen vermeintlich freien Kontinent Der eben dramatischerweise gerade nicht frei Die Indianer wurden ausgerottet Es war also ein genozidales Unterfangen Aber was immer von der Idee ausging Wir haben die Freiheit Uns neu in den Westen zu erweitern Und immer wieder raumgreifend Ja, immer weiter expansiv zu werden Das ist am Ende Und das ist die eigentliche Da hast du schon recht Im Zweifel geht es vielleicht um Würde Aber eigentlich muss man die Hoffnung doch haben Und da habe ich eine gewisse Hoffnung in Corona-Zeiten Corona hat uns ein Stück weit gelehrt Wir müssen Konsumreduktion betreiben Und ich glaube, dass die Grundfrage, die da ist Ist ein Stück weit auch wieder die Die man in den 70er Jahren Mit Menschen wie Erich Fromm haben Oder seien viel radikaler mal stellte Was sind eigentlich die Bedürfnisse Die der Mensch befriedigen muss Und diese ganze Debatte ist leider 89, 90 überall abgebrochen Da ist auch da Russland oder andere oder China Es ist ja kein Gegenmodell Es ist das expansive Westmodell Des ewig weiteren Konsums und Wachstums Universalistisch und universell geworden Und ich glaube, das ist der eine Einbruch Der uns als die Hauptkrise darstellt Und die zweite Ich muss es gleich an der Stelle noch erwähnen Weil du Hegel ansprichst Achim hat auch darauf angesprochen Die Stärke Deutschlands Mittelmacht und zu stark Ich erlebe es momentan ganz anders Um es mal deutlich zu sagen Warum ist gegenwärtig das Corona-Rettungspaket? Die Deutschen geben diese Millionen Nicht freiwillig aus Wir geben diese Millionen und Milliarden Nach Italien auch nur deshalb Weil das Wissen darum besteht Wenn in Europa nicht weiter konsumiert wird Und nicht auch unsere Autos etc. In dem europäischen Wirtschaftsraum Verkonsumiert werden Was ja übrigens auch ein gewisses Schon damals ein Expansionsmodell Ost war Das war ja auch der Fall Der Wirtschaftsmotor wurde dadurch in Gang gesetzt Das schließt genau an deinem Vortrag an Mit Fronti Weil natürlich die ostdeutsche Konsummasse Sag ich mal hart gesprochen Konsumbevölkerung sehr nützlich war Während man allzu gern den Niedergang der Industrie Verkraften konnte Weil damit der westliche Kapitalismus angeschoben wurde Aber das viel existenziellere Modell Besteht doch jetzt darin Dass Deutschland davon abhängig ist Dass zumindest Europa als Wirtschaftsraum Aufmerksamkeit halten wird Und die zweite letzte Wirklich letzte Bemerkung Die Dramatik Auch das westliche Modell in Europa Ist so dramatisch Nicht am Ende Das will ich nicht behaupten Aber es gibt eine ungemeine starke Sentenz Vielleicht führt das nachher noch Wir sprechen ja nachher über die Peripherie Ich will das aber anmerken Viktor Orban ist ja vielleicht der härteste Vertreter eines Gegenmodells Um es mal anzusprechen Und Viktor Orban hat nach der letzten Wahl Einen wahnsinnig bemerkenswerten Satz gesagt Viktor Orban von dem wir alle wissen Dass er 1989 ein ziemlich mutiger Liberaler Reformer war Der gegen den verknöcherten Sozialismus Kommunismus zu Felde zog Er hat aber nach der letzten Wahl Folgenden Satz gesagt Und der ist hochinteressant Er sagte 1989 Hielten wir Europa für unsere Zukunft Man könnte auch sagen übrigens der Westen Mit Hegel Die Welt geht in den Westen und geht zur Freiheit Nach der letzten Wahl hat er gesagt Heute wissen wir Wir sind die Zukunft Europas Das ist ein so bemerkenswerter Satz Weil er gesagt hat und genau gewusst hat Wir spielen Europa mittlerweile die Musik vor Wir die nationalistische Bewegung Sind viel stärker Und das merken wir alleine jetzt schon Wie in den Verhandlungen um den Corona Das Corona Paket Bei der Frage der Rechtsstaatlichkeit Der Verlangs der Antidemokraten Der Nationalisten Mit westlichen Modellen Gar nichts mehr entgegensetzen können Damit würde ich sagen Die ganz große Idee Das ist ja die Hegel'sche Idee Es geht eigentlich letztlich Vom Osten in den Westen weiter Es geht immer in Richtung Freiheit Es geht in Richtung Amerika Osten die Anarchie Osten die Autoritarismus Bewegt sich in einer geschichtsphilosophischen Bewegung In Richtung Freiheit Das steht meinem Eindruck nach Wenn ich jetzt auch mal so groß denken darf Wie du Achim Das steht auf dem Spiel Wir erleben eine Rückkehr Zu autoritären Verhältnissen Die eher im Osten angesiedelt sind Ungarn in Europa Und von China Als einem ganz neuen autoritären Kapitalismus Will ich gar nicht reden Das ist vielleicht die eigentliche Dramatik Und das ist eine fundamentale Ernüchterung Verglichen mit der Idee Dass es sich 89 Als Ende der Geschichte Im Westen mit Menschenrechten In die Richtung bewegen würde Ja ich würde Ich würde mir noch Vielleicht kurz anmerken Es ist natürlich richtig Das so zu sehen Aber ich glaube Gerade diese Formen Des Nationalismus Sind sozusagen Die letzten Zuckungen Eines Lösungsversuches Der eine gewisse Pro-faschistische Struktur hat Es ist Trump natürlich auch Trump möchte gern Die alte Schwerindustrie Wieder aufbauen In einer Zeit Wo wir sozusagen Permanent mit Computern Und mit anderen Sozusagen in andere Richtungen denken Das Problem Das dahinter ist Was dahinter steht Es ist sowohl bei der Corona-Krise Als auch bei Der ökologischen Krise Dieser Erde Es ist nicht mehr National lösbar Das ist das Problem Auch der Corona-Krise Es zeigt uns Was wir bräuchten Wäre eine starke UNO So wie sie nach dem Krieg Initiiert worden ist Also starke Internationale Vereinigung In denen verhandelt wird Die wird aber genau Diese Strukturen werden genau von denen Abgeschafft Die im Moment das Sagen haben Weil sie wissen Dass die Lösung Darüber möglich ist Und das ist vielleicht Die momentan wirklich Existenzielle Krise In der wir sind Und Corona ist nur Ein Ausdruck davon Und da kann das nächste Kommen und das übernächste Nächstes Jahr und wieder Wir stecken sozusagen In einer Krise Wenn wir dieses Virulente Diese virulenten Angriffe nicht abwehren können Als Gattung Haben wir verloren Ja das Ist jetzt schon fast Ein gutes Schlusswort Würde ich sagen Für die erste Runde Denn die Da stimmt ja Die ganze Frage Der Anforderung Der Notwendigkeiten Sowohl im nationalen Rahmen Als auch international Den Zusammenhalt zu stärken Wie du gesagt hast Zum Beispiel Der erodiert ja materiell Aber auch sozial Und kulturell Und wir können ihn ja Nicht appellativ herstellen Er braucht ja eine materielle Basis Da musste ich auch Zurückdenken An das Kaiserreich Da gab es auch Die Spaltung Zwischen der Proletarischen Und der bürgerlichen Demokratie Weil nämlich Das Bürgertum In dem Sinne Wie du es beschrieben hast Sich Bismarck Und dem Kaiser Unterworfen hat Und deshalb Die damals noch Revolutionäre Sozialdemokratie Im Grunde Den historischen Auftrag Des Bürgertums Der Demokratisierung Der Gesellschaft Mit übernehmen musste Und auch übernommen hat Und die Frage ist Anknüpfend an dich Die wir dann in der zweiten Runde Vielleicht nochmal Aufgreifen können Ist das Was wir heute auch sehen Ist das Auch so Dass die Wenn die Diagnose Stimmt Dass der Zusammenhalt Erodiert Und die International nötige Regulation Durch die Nationalistischen Bewegungen Stückweise Zerschlagen wird Ist es dann nicht auch so Dass die Internationale Linke Im Grunde Genau diese Rolle Wieder übernehmen müsste Den historischen Auftrag Der Demokratisierung Und der materiellen Unterfütterung Von gesellschaftlicher Solidarität Wiederherzustellen Also vielleicht können wir Das in der zweiten Runde Das hat sie ja Vor dem Sterlinismus Auch gemacht Es ist ja sozusagen Das Abbrechen Der linken Tradition Die oft demokratische Verhältnisse aus war In dem Punkt Wo es quasi Ein Staat hatte Und der Stalinismus Als eine Form In dem der Zweck Die Mittel heiligt Ist dieses Ding verloren gewesen Und das war das Undemokratischste Was es gab Also natürlich Die Demokratischen Bestrebungen Wurden aber genauso Unterstützt Und das ist eher heute Mit Ein Punkt Den ich für wichtig halte Also aus liberalen Schichten Des Bürgertums Die man unbedingt Für diese Sache benötigt Damit es sozusagen Das ist eine Vielmehr In so einem reichen Land Meinetwegen Wie der Bundesrepublik Ist es eine der Wichtigsten Kräfte Und man muss sagen Zum Beispiel An den Stellen Als dieses komische Wahldepakel in Thüringen war Da gab es Einen guten Artikel darüber Also als die AfD Quasi zum Steigbügelhalter wurde Was da an klaren Positionen Ohne Schaum vor dem Mund Dagegen in diesem Land Sich auf einmal artikulierte Das hat mich sehr ermutigt Irgendwo an der Stelle Dass ich dachte Ganz so sehr Ist die Karre doch noch Nicht im Dreck Wir gehen jetzt mal Über zum nächsten Panel Und kommen dann danach Alle gleich nochmal zurück Aber erstmal dürfen wir Dir nochmal zuhören Bei einem Lied Ich singe Ihnen ein Lied Das ist der Text Von einem amerikanischen Fuchsänger Von Rudi Gasri Ich habe ihn etwas anders Übersetzt ins Deutsche Und in eine andere Zeit Das Land Was made for you and me Die Länder der Erde Gehören keinem alleine Die Himmel, die Blumen Die Meere, die Steine Der Norden, der Süden Der Westen, der Osten Die Erde ist da für dich und mich Gib nicht verloren Was sie dir ausstehen Die Banken und Bonzen Die eifrig nur zählen Geraubte Himmel Betreten verboten Doch die Erde Ist da für dich und mich Mit ihren Geheimdiensten Mit ihren Krediten Mit ihren Parteitagen Mit ihren Mieten Wollte dich kaufen Vertreiben mit Zwerden Doch die Erde Ist da für dich und mich Die Ufer und Berge Von denen wir träumen Die Wege, die Enden An riesigen Zäunen Gehören keinem Käufer Keinem Präsidenten Denn die Erde Ist da für dich und mich Der Hunger der Kinder Die Angst der Geflohnen Die ewigen Phrasen Es muss alles sich lohnen Die Erde krepiert Von der Hab geht zerfressen Doch die Erde Ist da für dich und mich Bin weit gezogen Ehe ich nach Haus fand Die Welt ist ein Land Ist mein und ist dein Land Die goldenen Felder Die Mebel der Früh Die Erde Ist da für dich und mich Ist dein was mit Für dich und mich Damit es nicht ein zu harter Schnitt wird Möchte ich noch einen kurzen Kommentar Machen Hört ihr mich jetzt Oder ich habe jetzt Mein neues Mikro Ja ja okay Das weiß man immer nicht so genau Wenn man vorne sitzt Es ist ja so Dass die Bismarck'schen Kriege Die ist ja eine Parallelaktion gewesen Auch in anderen Ländern Das waren also Kriege Wo am Ende Trotzdem häufig zumindest Funktionsfähige Nationen Standen Es war ja eine Parallelaktion Die Bismarck'schen Einheitskriege Und gleichzeitig Die Einheitskriege In Italien Die führten ja dazu Dass nach der Schlacht von Solferino Ein Schweizer Humanist Das Rote Kreuz gründete Deshalb die Fahrt des Rote Kreuz Das ist die Umdrehung Der Schweizer Nationalflagge Und auch die Schweiz Entstand durch den Sonderbundskrieg Die heutige Schweiz Also auch ein Einigungskrieg Ein Phänomen Das wir in unserer Zeit haben Sind viele Zerfalls- und Aufteilungskriege Und da komme ich wieder Auf ein Buch aus dem Jahre 1995 Zurück Auf ein Buch Von Peter Scholler-Thur Also einem konservativen Journalisten Der aber sehr scharfsinnig Bemerkte Genau vor 25 Jahren Bei der Neuauflage Erste Taschenbuchausgabe Hat er ein zusätzliches Kapitel Vom Balkankrieg geschrieben Hat gesagt Viele Westen glauben Hier ist noch der letzte Stück Von altmodischen Kriegen In Wirklichkeit Ist diese Balkankriege Nur die Vorhut Künftiger Kriege Und die aus unlösbaren Regionalkriege Wo keine starken Nationen Mehr rauskommen werden Und mit einem dieser Kriege Der momentan Als wir die Veranstaltung Zumindest geplant haben Der letzte akute Krieg In Europa war Ich muss jetzt In der Vergangenheit sprechen Weil wir jetzt Im Kaukasus Gerade Einen zweiten akuten Krieg Und da kommen wir jetzt Weil wir nicht nur Quatschen wollen Zu ein paar Bilder Und da kommen wir jetzt König Und da kommen wir jetzt Das war Und da kommen wir jetzt Hösen Bis zum nächsten Mal Und da kommen wir jetzt See im Kaukasus Und da kommen wir jetzt Wirklichkeit Ja, wie kam es so eigentlich dazu, dass du dich mit der Ukraine beschäftigt hast und auch nachdem dort ein Krieg ausgebrochen ist, jedenfalls in einem Teil des Landes und wie sehr Krieg auch den anderen Teil, den größeren Teil des Landes, der kein Krieg ist, auch beeinflusst? Ich muss gestehen, dass es tatsächlich auch ein bisschen Zufall war, dass mich zuallererst mehr interessiert hat, wie ein Land damit umgeht mit solcher Geschichte, also solchen Tragödien und dann einfach noch aktuell solch ein Krieg. Und ich war dort für zehn Tage und habe halt Menschen besucht, die eines dieser Dinge erlebt haben, jemand verloren haben, genau. Und habe Interviews geführt, bin mit ihnen an Orte gefahren, genau. Und kannst du vielleicht, wenn du Interviews gefühlt hast, eine Anekdote oder einige Sachen, die auch für Leute jetzt, viele werden wahrscheinlich noch gar nicht in der Ukraine gewesen sein oder waren nur in ganz ausgewählten, mehr touristischen Gebieten, die die Tragödie des Landes oder Tragödien des Landes oder die Konfliktwerken beleuchten? Also das Interessanteste war gleich zu Beginn für mich, dass ich eine sehr junge Übersetzerin an meiner Seite hatte, die ich relativ zu Beginn fragte, wie ist das denn für dich? Du lebst in einem Land, da gibt es Krieg. Und sie sagte tatsächlich, das kriegen wir hier gar nicht so mit, ja, da ist halt Krieg, aber mehr halt nicht. Und das hat mich dann doch schon sehr verwundert. Und wir hatten zwei Tage später zusammen ein Interview mit einer Frau, die ihren Mann in der Ostukraine gerade verloren hatte. Und nach diesem Interview war sie wirklich ganz ruhig und sagte plötzlich, Dankeschön, weil jetzt verstehe ich, was das bedeutet. Und das war schon ein schöner Moment, sage ich jetzt mal, im Sinne von Verständnis. Und welche Gruppierungen, es sind ja auch Gruppierungen, die irgendwelche Feuerwehrkörper, sind das Fußballfans oder politische Gruppen? Was sind denn das, was man da manchmal sieht auf deinen Fotos? Das ist eine Gruppe, C14 wird die genannt, meistens junge Männer, die auf gefühlt allen Demos, die es dort gibt, erscheinen. Und natürlich die ukrainischen Flaggen schwenken und also für mich, wo ich stand da und habe gesagt, das sind eindeutig Neonazis. Und alle drumherum sagten nur, nein, das sind einfach die Guten, die sind immer da, die helfen. Und es wird völlig ausgeblendet, also dass die von oben bis unten tatuiert sind mit Hakenkreuzen etc. Und ich habe halt verschiedene Demos begleitet. Wird das von Ihnen auch ausgeblendet oder, also von denen, die diese Tattoos haben? Ich habe verschiedene gefragt und das waren natürlich dann alles nordische Götter und Verehrung derer. Also da war niemand, fühlte sich da auch bereit, wirklich darüber zu sprechen, was es denn tatsächlich ist. Da erzähle ich mal eine Anekdote, weil ich auch solche Leute, ich habe ja einen Namen, wo die meisten ja glauben, ich bin irgendwie ein Nachfahre von Juden aus der Gegend, also Engelberg heiße ich ja, das ist ja ein jüdischer Name. Und obwohl ich, also wenn, ist die Familie im 18. Jahrhundert, aber es fällt auch, war mal Juden und ist dann getauft worden. Das ist nicht ganz dazu, aber ich falle in einigen Ländern, also im Nahen Osten oder eben auch in der Ukraine als Jude man zuweilen auf. Manchmal sage ich was, manchmal auch nicht. Und da hatte ich eben einen, der mich ganz freundlich, also in Lemberg war das, zu einem koschernen Restaurant gesagt, das wäre das Beste in der Stadt. Da sagte ich, nee, ich will hier eher ein ukrainisches, habe aber nicht aufgeklärt, dass ich gar kein Jude bin. Am nächsten Tag sehe ich ihn auch und da war schönes Wetter und er hatte schon den Arm frei. Da war natürlich auch SS-Bataillon Nachtigall. Und ich frage ihn an und er meinte, nein, nein, ich kein Nazi. Ich kein Nazi, du mein Freund, sie kämpften nur für uns, er konnte nicht Deutsch, sie haben nur für unser Heimatland gekämpft, für unser Homeland. Also da sind auch manchmal wirklich in diesen Rändern Europas manchmal merkwürdige Sachen, wo man die Bilder auch nicht richtig lesen kann oder manchmal nicht lesen kann. Manchmal kann man sie schon lesen und es gibt ja auch Vorgänge, die man lesen kann. Und es ist ja auch klar, der Krieg findet auf der Territorie der Ukraine an und es gibt Truppen, die unterstützt werden von einem großen Nachbarn, Russland, der nicht loslassen will. Also es gibt auch bestimmte Dynamiken des Konfliktes, die schon klar beschreiben. Aber es gibt dann immer, gerade an diesen Rändern, solche Übergangsphänomene, wo man einfach auch die Bilder wirken lassen muss und nicht sofort sie deuten. Vielleicht zeigst du noch ein paar Bilder. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich würde dann jetzt noch, denke ich mal, wir sind schon relativ vorträglich in der Zeit, ich würde noch eine Frage daran nochmal anknüpfend in die Runde schmeißen und dann doch auch nochmal kurz öffnen für Kommentare und mögliche Fragen von euch und Ihnen. Also jetzt anknüpfen nochmal an dieses Thema der Ukraine und nochmal zurückgehen. Bismarck sah ja auch nicht nur die europäische und weltweite Dimension der deutschen Einigung, sondern er hat auch gefürchtet, insbesondere, dass sich größere Konflikte in der sogenannten europäischen Peripherie entzünden könnten. Etwa auf dem Balkan, die dann eine exklusive Wirkung entfalten könnten für den ganzen Kontinent und die Welt. Das ist ja letztlich später auch so eingetroffen. Wenn ich jetzt vor dem Hintergrund der Geschichte mit der Ukraine das reflektiere, dann frage ich mich natürlich mit Blick auf die Gegenwart oder möchte ich euch alle fragen, mit Blick auf den Kriegen der Ukraine oder jetzt, du hast es angesprochen, den Konflikt im Berg Karabach. Welche Sprengkraft wohnt diesen Kriegen inne? Und inwieweit kann man da heute noch von Peripherie sprechen? Macht das konzeptionell noch Sinn? Wer möchte den Aufschlag machen? Ich glaube, es ist immer ein Ausdruck, dass wir haben das am Ende des Kalten Krieges erlebt, dass im Grunde die friedfertigste Zeit war, wie wir hatten. Die großen Kriege kamen zu Ende und dann begannen die lokalen Kriege. Es wird sozusagen, die Welt wird neu vermessen und sie wird, da die großen sich noch nicht auf einen rigorosen Krieg einlassen, an der Peripherie vermessen. Es wird ausgetestet, wie weit man an bestimmten Punkten gehen kann und in so einem Zustand befinden wir uns im Moment. Es ist nicht umsonst, dass die großen Abrüstungsabkommen gekündigt wurden, dass die Atomwaffen wieder reaktiviert werden. Und gerade der Krieg in Bergkarabach ist eine Riesenfalle für Russland, die da sozusagen initiiert wird, dass sie quasi verpflichtet ist, Armenien zu helfen, Maserbaidschan. Die alten Konflikte, die Rolle der Türkei in Europa, sowohl mit Griechenland als auch mit Malta und Städten außer Frage. Und die Zuständigkeiten werden neu verteilt, das wissen sie. Geostrategisch gibt es eine Umpolung und jetzt versuchen alle in die Startposition zu kommen und dazu gehören diese regionalen Kriege. Und das wusste Bismarck sehr genau, dass es eine Riesengefahr ist und am Ende ist der Erste Weltkrieg dann eingetreten, auch auf genau so einer Basis. Ich fand das toll, ich fand auch die Bilder sehr eindrucksvoll, wenn ich da anschließen darf. Wir haben ja, und das macht es so spannend, wir haben jetzt den Blick auf 1989, 90 und die Einheit sehr stark auch nochmal national grundiert gehabt. Also das war ja eine Facette. Aber gerade weil du vom Jahr 95, ist ja lustig, dass wir in so ein Schlüsseljahr fast kommen. 95 haben wir ja von vielen Facetten beleuchtet. 95 war meines Wissens auch das Jahr von Srebrenica. Das war das Jahr, und da ist das Interessante, das erste Jahr eines Aufbrechens, und das ist ja das Verrückte, und das haben glaube ich alle damals hochgradig unterschätzt, des eigentlichen Ordnungssystems, was es nach 1945 gab, nämlich der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg hat letztlich in zwei Systemen die Welt befriedet. Das muss man leider in der Dramatik sagen. Und die Anerkennungspolitik dann, Serbien, Kroatien, durch Genscher war der Vorschein einer Unterschätzung des Aufbrechens absoluter neuer Nationalismen. Und das ist in der Tat, ihr habt ja auch bald Herfried Münkler, finde ich toll, ihr könnt ja quasi reibungslos anschließen mit einem der nächsten Referenten, die neuen Kriege, die dann in dem Kontext aufbrechen, sind ja auch dann, und das macht es so spannend, Ordnungskriege nur in einer gewissen brutalen Weise, wenn sie diesen Tribalismus, du hast es so schön in deinen Bildern gezeigt, das waren ja gar nicht mal nur nationalistische Formen, das sind tribalistische Phänomene, wo neue Formen von Kollektivismus unterhalb einer großen Weltordnungsebene stattfinden, und der Nationalismus entpuppt sich als die leichteste Kraft und Potenz, das neu zu konsolidieren und dann brutal wieder nach außen auszuleben. Und da war natürlich der Kosovo nur ein Vorschein. Und wenn man jetzt ganz brutal sein wollte, ich fand, Wenzel hat es so schön auch angesprochen, wir kennen den Peripheriebegriff klassischerweise aus der Drittweltdebatte, gibt ja Zeitschriften Peripherie, das war die Vorstellung. Wenn man mal hart formuliert, ist der Tribalismus längst auch bei uns. Die Peripherie findet statt, ob du jetzt beispielsweise an die Auseinandersetzung im Osten durchaus denkst, wenn ich an die Bilder von Chemnitz denke, oder auch Gruppen von tribalen Formen der Zusammenrottung, das kannst du genauso gut im Westen natürlich beobachten, ob im Fußballumfeld oder sowas nicht, im Hooligan, im Katalonien, genau. Du findest diese Formen und sie werden natürlich dann in gewisser Weise wieder von so klugen Akteuren wie einem Orban zusammengezogen unter einem nationalistischen Oberbegriff, weil das die dann doch wieder handlungsmächtigste Form und Formation zu sein scheint. Und da ist dann wieder das Interessante, diese Form der Einigungskriege oder dieses Einigungsnationalismus scheint dann doch noch eine Überlebenschance zu haben, das begreifen jedenfalls die Populisten. Und gerade in dem Augenblick, und das ist ja das Brutale, wo eine Idee von Weltbürgertum, wenn man es mal so ganz überhöht oder ganz groß fasst, die 2015 nochmal einbricht. Die Idee von Merkel zu sagen, so, wir nehmen Menschen hier auf. Wir geben denen das Recht, eigentlich fast schon in einem globalistischen Sinne so, es gibt ein Bürgerrecht, Hospitalismus, also ein Recht auf Bürgerschaft, auch derer, die keinen Ort haben, dann schlägt der Nationalismus in aller Brutalität zu. Dann sind es die Orbans auf der einen Seite, genau wie der Trump, der sagte, ihr seid ja verrückt, ihr Deutschen, ihr gebt die Idee der Nation. Und das hat Orban, das haben die Populisten natürlich in einer aller Brutalität erlebt. Und wir haben leider eben von daraus ausgehend den gleichen brutalen Abwehrnationalismus mittlerweile bei uns. Und deswegen finde ich es auch so interessant, diese Exklusion der anderen, wenn wir jetzt an die aktuelle Flüchtlingsdebatte denken, ist natürlich mittlerweile auch in der gesamten EU Mainstream geworden. Wenn ein österreichischer Präsident, wie Kurt sagt, so, kein Mensch wird aufgenommen, dann hat es mittlerweile sich diese Position eigentlich europaweit von wenigen Ausnahmen abgesetzt durchgesetzt. Ich muss doch zwei Sachen, erst mal, bevor die nächste Frage kommt, Es ist so, bestimmt war das nicht die beste Entscheidung von Genscher, die Anerkennung. Das Problem ist, der Nationalismus war davor und die größten Kriegsschlachten, also die Schlachten, die Massaker waren auch davor. Als Genscher Kroatien anerkannte, war Vukovar schon zerstört worden. Also diese wunderschöne Barockstadt, die jetzt wieder auferstanden ist. Also es waren schon die brutale Kämpfe, Aufteilungskämpfe in Jugoslawien, als Genscher diese Anerkennungspolitik gemacht hat. Das muss man einfach chronologisch mal sagen. Und wirklich die schlimmste, und die Belagerung war auch schon von Sarajevo, die ja die längste in Europa war, während des ganzen 20. Jahrhunderts. Die brutalste und verlustreichste war die von Leningrad während des Zweiten Weltkriegs. Die längste war die von Sarajevo. Und manchmal ist es eben so gewesen, weil da kommen wir wieder auf 95, aber das war jetzt nicht geplant. Es ist wirklich jetzt, dass da eben sehr viele Leute kamen, sowohl aus der ehemaligen Sowjetunion, wie auch aus Bosnien. Und da kamen auch so Leute, die waren aus Leningrad, das damals schon nicht mehr Leningrad hieß, wo die Eltern oder einige Älteren, die mitkamen, als sie die Belagerung erlebt hatten. Und welche, die kamen aus dem Kessel von Sarajevo. Das ist eben auch solche Vermengungen oder Parallelen. Kann ich kurz mal, es gab die Chance, als der Jugoslawien-Krieg aufbrach, gab es auch in der politischen Szene die Überlegung, dass man so eine erfahrenen Diplomaten wie Egon Barr nach Russland schickt, um mit ihnen gemeinsam die Krise zu lösen. Es gab eine Hybris von Joschka Fischer, die das abgelehnt hat, und wir machen eine andere Außenpolitik. Das sind auch Dinge, die da mit hineinspielen. Also in der Entspannungspolitik hat man das nicht über die Presse gemacht, sondern man hat Leute hingeschickt und sie haben intensiv verhandelt und versucht Konflikte, das ist Politik, Konflikte unmöglich zu machen und versuchen es mit der Sprache zu lösen und nicht mit Leichen. Das hat man in dieser Hybris, dass jetzt der Westen gesiegt hat und alles zu seinen Füßen liegt, nicht mehr gemacht. Das muss man so sehen. Aber die Sache mit Joschka, ich bin jetzt mal pedantisch, die Sache mit Egon und Barr und Joschka, das ist dann vom Kosovo-Krieg, das ist 1999, wir müssen es immer, ich bin jetzt ein bisschen pedantisch, dass sie in Westen nicht sagen, Genschen hat es angefangen, sondern dass der Hybris alles, der hätte natürlich mit Frankreich das absprechen müssen, mit der Rang, da waren französische Diplomaten sauer. Das können wir aber jetzt nicht erklären. Ich will jetzt nur diese grobe Chronologie noch aufrechterhalten. Das ist dazugehört, das ist dazugehört zu diesem Chaos. Ja, ja, natürlich. Vielleicht ist es doch spannend genug, da nochmal festzuhalten, weil es auch aktuell ist. Hybris war das in keinster Weise, um es mal klar zu sagen, wie der chronologische Ablauf war, wenn wir ja jetzt beim Kosovo-Krieg sind. Die deutschen kommende Regierung, zu der übrigens damals auch Oskar Lafontaine gehörte, wurden quasi von den Amerikanern auf Anregung, ich glaube Volker Rühe oder, muss ja Rühe gewesen sein, Kinkel war es ja nicht, der war so ein FDP-Mann, auf Anregung von Rühe von den Amerikanern vor Übernahme der Macht 98 wurden die eingeladen. Das hat guter Hoffmann einer der klügsten Journalisten minutiös nachgezeichnet. Die wurden nach Washington eingeladen und wurden quasi auf die Kriegsführungsbereitschaft vergattert. So, und das war ja ein dramatischer Einbruch, auch der bis heute ja nachwirkt. Wir kennen ja alle die Politisierung dieses Phänomens. Und ich würde sagen, das war weit komplexer, als es heute manchmal so erscheint. Es war eben nicht nur der Völkerrechtsbruch, der es in der Tat war. Und der auch dann dramatisch zum Präzedenzfall, nicht zuletzt von Putin und anderen ausgenutzt wurde und bis heute. Aber manchmal in leichtfertiger Weise, weil es auch Ausdruck einer völlig neuen Lage der deutschen Politik war, die sich in einer durchaus ja menschenrechtsrelevanten Situation sah. Ich will nicht behaupten, dass nicht auch andere Möglichkeiten existierten davor. Aber die Amerikaner haben diese neue Lage ausgenutzt zu sagen, so wir vergattern diese neue Regierung. Und ein bisschen ärgerlich ist es immer schon, dass der geschätzte, in Anführungszeichen, Oskar Lafontaine sich immer einen dollen leichten Fuß macht und sagt, ich bin da nie dabei gewesen. Das ist natürlich Unfug. Die wurden quasi vom ersten Tag an vergattert und sie haben es dann in der Tat durchgesetzt. Aber unter ziemlich, ich war sogar auf dem Parteitag in Bielefeld dabei, also wir können uns ja das Ding noch erinnern, also unter großen, riesigen Debatten, die dann stattfanden und eigentlich, ja, getrieben, beziehungsweise nicht mit dem Willen, dem Belizismus plötzlich eine Zusage zu erteilen, sondern plötzlich in der neuen Lage, das war natürlich dann die, vielleicht meinst du das auch mit Überhybris, Wenzel, weil natürlich diese Aussage, nie wieder Auschwitz, war natürlich eine Überwältigungsrhetorik, die dann auch absolut problematisch war. Aber es war eine völlig neue Lage für diese alte Republik, die letztlich, das muss man ja auch sagen, Luhmann hat das mal gesagt, eine absolute Karenz von klassischer außenpolitischer Verantwortung im Sinne der großen Politik, nämlich der Kriegsführungspolitik bedeutet. Das war für die Bundesrepublik von 1949 bis 1989 vorbei und das brach jetzt wieder auf. Also ich glaube, das war jetzt ein ziemlich breiter Aufschlag, den wir hier heute gemacht haben, war ja auch klar, war der Auftakt für die fünfteilige Reihe mit, jetzt kommen die ausgekoppelten Themen gewissermaßen. Beim nächsten Mal am 12. November treffen wir uns wieder hier, da wird es dann um die soziale Frage gehen, die unter dem von dir erwähnten Bismarck-Zitat steht. Also da geht es um die sozialen Konflikte und die Proteste dagegen. Da haben wir auch spannende Referentinnen vor allem und auch einen Referenten. Das vielleicht noch zum Abschluss. Ansonsten möchte ich mich bedanken, dass Sie und ihr viel länger durchgehalten habt, als wir das avisiert hatten. Ich hoffe aber, dass der eine oder die andere noch da bleibt. Er ist draußen mit Sicherheit noch mehr Wein und wir bleiben alle noch einen Moment hier. Man kann jetzt also auch noch hier gewissermaßen nach dem Multilateral, vielleicht auch noch bilateral mit der einen oder anderen Person ins Gespräch kommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr und sie das noch ein bisschen mit uns machen möchten. Ansonsten vielen Dank fürs Durchhaltervermögen, fürs Kommen und überhaupt. Danke.